Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Planet Coaster. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück in unserem Park. Heute gibt es ein kleines Status Upgrade, denn ich möchte euch zeigen, was ich vorhabe und wie weit ich damit schon bin. Es ist noch nicht allzu weit, aber ich kann euch jetzt schon mal so ein bisschen zeigen, was ich vorhabe und wie ich denn das umsetzen möchte. Und zwar seht ihr jetzt hier schon mal die Wege, die ich verlegt habe und ich habe vor, halt so einen kleinen Plaza zu bauen mit schönen Gebäuden drumherum und hatte mir überlegt, dass durch diesen Plaza auch eine Achterbahn führen soll. Was ich bis jetzt gemacht habe, ist das erste Gebäude. Das werdet ihr jetzt hier gleich sehen, wie ich das gebaut habe. Und dann habe ich noch die Achterbahn gebaut. Damit bin ich aber noch nicht gefahren, das kann ich euch hier schon mal sagen, aber ihr seht sie fahren. Denn ja, ich musste ja gucken, ob es so einigermaßen passt. So, das werdet ihr jetzt in den folgenden Minuten sehen und das nächste Video zeigt euch dann hoffentlich entweder, wie es ganz fertig ist beziehungsweise wieder im Zeitraffer, wie ich es fertig baue. Und ja, werden wir mal sehen, wie euch das jetzt hier gefällt per Zeitraffer. Ich werde darüber nicht quatschen, weil das bringt nicht wirklich viel. Also starten wir jetzt einfach den Zeitraffer und auf geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020